Die Köche wollen doch ihre bestimmten Ansprüche haben. Schön satt mit Senf, da kann man nicht zu viel machen. Ne, da kannst du zu viel machen. Es muss vernünftig sein. Das Rezept von deiner Oma? Nein, das wäre mit einer Knackwurst. Mit einer Knackwurst können wir nächstes Mal machen. Zwei alte Knacker machen wir. Nein, der ist ja nur gerade das Gute. Das bringt ja den Geschmack. Also gleichmäßig verteilen, dass der Kinder zu kurz kommt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sonst wird es ja auch zu fett. Vier, fünf. Und Pfeffer willst du gar nicht rufen haben? Natürlich kann da Pfeffer rufen. So. Du magst ja gerne Zwiebel, ne? Ja. Na, das reicht. Und dann gucken, oder? Die werden viel größer als die anderen. Oh ja, das heißt es schon. Ich weiß nicht. So, das ist die Nummer eins. Wie gesagt, wird vielleicht noch zu viel Kurve dran. Und dann verkocht sich denn. So. Wie ist es heißer? Richtig heiß. Und jetzt fängt es an. Ja, das ist ja unser Lieblingsgeräusch. Und zwar ohne Deckel, ne? Ja, anbraten. Anbraten ohne Deckel. Ja. Und jetzt ist es auch dann, zumindest mit der ersten Mal so angebraten. Siehst du, guck mal. So muss es überall werden, ne? Na, das geht ja ganz schnell. Und da ist es ja auch schon schön braun. Genau. Und so muss es von allen Seiten. Es wird also jetzt, nach wenigen Minuten, richtig schön braun. Naja. Und rutscht jetzt immer noch, es ist kein Wasser bisher dazu. Nein, nein. Ja, das Fett muss ausgeräumt. Genau. Ich gucke mal, hier in kleinere Topf zu packen. Das hat man zu viel Flüssigkeit nachher. Das ist das Schöne mit der Flüssigkeit. Ja, das feist schon. Ich mach die Soße ja, mach ich ja dann sowieso. Aber... Ach, du machst das aus dem Süd nichts da? Doch, natürlich. Ich will nur gucken, ob man es auch in kleinerem Topf reicht. Weil die dann besser werden. In kleinerem Topf? Ja. Ja. Guck mal, wenn ich jetzt die mit Flüssigkeit auffülle. Die sollten ja leicht bedeckt sein. Ein bisschen rangebrannt ist. Ja, die Flüssigkeit machst du ja auch. Das kann man aber ablösen. Damit der Süd noch mal mehr reinkommt, ne? Ja, das ist schon. Und das wird jetzt so ein bisschen aufgefüllt. Mit Heißwasser. So. Vielleicht ein bisschen Schüttelwasser, aber... Das verkocht ja, das verkocht ja. Und jetzt anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Ja.